Ihr hört und mich gleich wieder. So, ich bin wieder da. Weiter geht's. Mann, Mann, Mann. Ich hasse das. Ich hoffe, dass es auch wieder schnell weg ist. Es ist ein bisschen nervig, die Bühne. Dieses, ähm, Erkelten, Schnupfen und Co., das ist immer nervig. So, hab ich noch Steine? Ja, ich hab ja eh Steine im Übermarsch sogar, normalerweise. Wenn nicht, muss ich welche mal abbauen gehen. Ich glaube, für das Haus hier wird es eigentlich noch reichen. Ja, eigentlich braucht der Tor aber nicht allzu groß sein. Na gut, er kann hier so bleiben, in dem Rahmen, glaube ich. Das sollte okay sein, wenn er im Rahmen bleibt. So, so. So, so. Gut. Gut, das ist natürlich eine kleine Anbaufläche. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ich müsste ja so noch einen Text machen. Das machen wir also so. Warte, kommt man hier, glaube ich, nicht mehr richtig gut. Doch, man kommt noch einigermaßen, okay, hoch. Aber mir gefällt das so nicht. Wie machen wir das denn also? Wir machen so. Das kommt weg. Dann machen wir da so. So. Ja, das sieht schon besser aus. Auf jeden Fall. Ähm. Dann müssen wir aber auch so machen. Zaubern wir mal das einfach so hin. Und hier kommt ja so oder so Holz hin. Das heißt, wir können das ja hier auch noch mal theoretisch abtrennen. Mit einer, äh, mit einer Doppeltür. Mit einer Einzeltür würde das nicht gehen. Haben wir halt sinnlos ein bisschen Steine verschwendet. So. Ich denke, so müsste das sein. Ja, doch. Hier kommt eine Einzeltür rein. Das müsste, ja, es passt zwar nicht von der Symmetrie her, aber es würde sonst ein bisschen scheiße aussehen. Vor allem hier sieht es natürlich kacke aus. Ich weiß. Äh. Oder ich mache eine Einzeltreppe hoch. Das geht auch. Das machen wir auch einfach. So. Moment. Hier wurden die letzten Steine hier. Dann ziehen wir hier noch eine Einzeltreppe hoch. Da piegst er mit zwei hoch. So, dann kann auch das da weg. Plupp. Ja, das sieht gleich besser aus. Kommt man hier so durch. Lalalala. Oh, jetzt gehe ich jetzt erstmal hier runter. Meine Schaufe ist vermutlich gleich tot. Ja, ich wusste es. Sie ist gleich tot. Vor allem tot. Sie ist gleich weg, wollte ich sagen. So, hier kommt auch nochmal Corbystone rein. Hier kommt dann Holz hin. Da kommt natürlich auch Holz rein. Und dann so und so. Dann wollte ich Wollte ich die Luke dann hin machen. Ich glaube, ich wollte sie hier hin machen und dann immer so springen. Ach, nein. Immer so springen. Ja, so würde es nämlich auch am besten passen. Ja, es wird schon wieder dunkel. Oder regnet das? Ne, es wird dunkel schon wieder werden. Gibt es doch gar nicht. Die Zeit vergeht ja wie im Nu hier. Na, 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 na. Scheiße. Dann gehen wir natürlich wieder schlafen. Ist ja logisch. Habe ich hier noch irgendwas aufgelassen, wo was kommen könnte? Ja, hier muss ich zu machen. Haben wir denn keinen Dreck mehr? Doch wir haben alles da. So, nein, so. So, dann machen wir hier zu. Nein, da. So. Auf Wiedersehen. Klub. Hier muss ich ja zugemacht haben. Hier ist ja nichts mehr geändert. Äh, mein Mikrofon ein bisschen mehr ranholen. Okay. Gut. Jetzt puste ich schon wieder da so doll rein. Das ist auch nicht so toll. Dann gehen wir wieder schlafen in unserem tollen Bett. Mann, mein Mann. So. Ja, hier am Balkon könnten wir auch mal was machen. Habe ich nicht noch Zäune dabei? Ich wollte doch nochmal welche haben. Für alles mögliche. Das sind ja nicht Hive Steps. Ne, das sind richtige. Okay. Machen wir einfach so. Zack. Das sieht doch schon gut aus. Einen Moment. Dann musste ich wieder unterbrechen. Wegen, ähm, meines, ähm, Hustanfalls. So. Wir könnten ja hier auch noch überdacht machen. Können wir natürlich auch so machen. Mh. So, meine ich. So. Guck ich dann da rauf. Natürlich nicht. War klar. Ich huste schon wieder da rein, habe ich das Gefühl. Wann, ich muss das mal so machen. So. Ich glaub jetzt ist es besser. Ja, so ist besser. Gut. Moment mal. Ich glaub ich hab hier schon wieder bei Skyban geschrieben. Oh je, oh je. Okay. Ähm. Immer dieses Skyban-Schreiber mitten in der Aufnahme. Zum Glück merkt man das nicht. So. Hopp. Dann kann ich jetzt hier auch so machen. Oh. Das geht ja bis hier. Gut, dann machen wir so. So. Nein. Und das kann da auch weg. Vor der nächsten Aufnahme. Ich muss ja heute noch was aufnehmen. Ich glaub ich nehm heute nochmal Gothic auf. Da muss ich mich unbedingt darum kümmern, dass dieses irgendwie ein bisschen gestillt wird. Also mein, meine Erkältung ein wenig gestillt wird. Das sieht jetzt irgendwie aus wie so eine... Moment, kann ich hier irgendwo runterjumpen, ohne dass ich mich aufs Maul lege. Plupp. Und. Hopp. Na gut, ich hab mir ein bisschen wege getan. Ja, das, äh. Das sieht auch wie das Maul. Ja, das ist ein Haus mit Maul und, äh. Ja, der Balkon sieht irgendwie witzig aus. Ich probier mal da unten auch mal Zäune ranzumachen. Mal gucken, wie das ausschaut. Ach, das geht ja jetzt auch. Cool. Ich dachte, da muss man... Ja, das sind ja natürlich Hive-Steps jetzt. Nein, da muss ich natürlich... Mh... Deck damit. Hier müsste das dann auch so sein. So, so. Nein. So. Und, äh, so. Nein. Nein, 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 nein. Nicht da. Eher so, meinte ich. So. Und. Ja, das sollte ich da auch nochmal wegmachen mit der... Mit dem Schwert. Klopp. Jetzt holen wir uns nochmal kurz... Habe ich eigentlich noch Stone? Nein, habe ich nicht. Den könnte ich auch mal brennen. Da haben wir noch ein bisschen was zu essen. Nehmen wir mal unseren restlichen Cobblestone rein. Warten mal kurz. Wir können auch mal kurz in unser Lager gehen. Ich brauche wieder Nachschub von Cobblestone. Naja, das lasse ich erstmal zu. Wenn ich jetzt da hänge, hole ich mein Zeug. So. Haben wir noch viel Cobblestone? Naja, viel ist das nicht mehr. Meine Vorräte sind langsam aufgebraucht. Ich brauche auch wieder Eisen und alles mögliche, um was zu farmen. Oje, oje. Unser Haus nimmt dann unseren Gestalt an. Ach ja, ich wollte hier hin. Drei, dann los. Das letzte kann es mir auch noch geben. Zack. Ja, hier. Machen wir so. Das da drauf. Und... Dann das da rein. Und dann das da drauf. Dann geht das. So, und dann machen wir das. Plup, plup, plup. Gegen vier Stormbricks. Ja, die haben leichte Unterschiede. Die Cobblestone. Sehen aber... Naja, die sind ein bisschen dicker hier, die Cobblestone. Die sehen aber identisch aus, finde ich. Ein bisschen leicht verändert nur. So, ja. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Sonst will ich weggehen. Hier wollte ich übrigens auch nochmal richtige Steine reinmachen. Hier fehlt mir auch noch was. Aber ich habe ja jetzt zwei. Die könnte ich jetzt eigentlich mal da platzieren. Und sogar noch zwei. Das ist ja hervorragend. Wie ob ich das geahnt hätte. Und hier kann ich noch Zäune reinmachen. Die wollte ich auch schon da reinmachen. Beziehungsweise mache ich jetzt einfach mal überall da rein. Das sieht zwar ein bisschen beschissen aus. Naja. Ist annehmbar. Annehmbar würde ich mal sagen. Naja. Es sieht gewöhnungsbedürftig aus. Das muss ich schon sagen. Naja. Aber ansonsten sieht das Haus schon echt super aus. Da ist echt schon was Gutes geschehen. Schöne Unterdachung. Wenn es mal regnet. So. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Was habe ich denn? Hier habe ich nur Dreck drin. Ne? Genau. Dreck. Ein Haufen Dreck. So. Was kommen wir wieder hier raus? Ich habe immer noch keine Schaufel. Was habe ich doch auch noch nicht mitgenommen? Ne. Äh. Was machen wir denn hier mal? Ach. Weil ich hier keinen Dreck mehr hatte. Genau. Hier wollte ich Dreck reinmachen. Den habe ich jetzt ganz zufällig dabei. Die kann ich auch wieder hinmachen. Da hätten auch. So. Und hier kommt ein Stein rein. Dann können wir das auch wegmachen. Das auch. Klub. Dann kommt jetzt hier auch mal Stein rein. Ich hoffe da unten ist es nicht. Ne. Doch. Kacke. Da müssen wir mal improvisieren. Mal gucken was ist denn hier. Ich hoffe ich setze hier nicht auch Decke. Ne. Hier ist noch keine Decke. Hier wäre Decke. Na toll. Knifflige Angelegenheit. Alter machen wir einfach so radikal. Da machen wir einfach so radikal. Ich muss ja eh in die Treppe hin. Hätte das so gar nicht auf. Dann hole ich jetzt mal kurz Wassereimer. Einen Wassereimer meine ich. Nicht einen Wassereimer. Wasser. Einen Wassereimer. Den haben wir da. Gut. Nehmen wir auch mal beide mit. Beide mit. Oh. Die Stone Stick Eggs brauche ich noch. Die Seeds kann ich mal mitnehmen. Ja. Gut. Nehmen wir uns nochmal hier eine Wasserquelle mit. Ja. So. Alles in Ordnung. Ich verspüre schon wieder ein leichtes Gefühl für einen Hustanfall. Aber. Ich hoffe ich kann mir das jetzt nochmal verkneifen. Dann machen wir erstmal. Zack. Zack. Das sollte so reichen. So. Ich habe keine Lust da um zu laufen. Zack. Und. Zack. Ja. Toll. So. Ab da braucht man die Quelle glaube ich gar nicht mehr. So. So. Und so. Gut. Dann fangen wir jetzt mal hier an ein Bauer zu sein. Hahaha. Ein Bauer. Das ist seine. Nur mal Aussage. Ein Bauer sein. Wer will schon ein Bauer sein? Ja. Ohne Bauern geht heutzutage glaube ich gar nichts mehr. Na gut. Es gibt doch schon viele Maschinen die sowas machen können. Aber Bauern machen auch viel. Ja ja. So. Ich frage mich wie was das überhaupt nass werden muss. Das wird ja auch so normalerweise schon. Kann man da sowas drauf platzieren. Das haben sie durch. Damals war das so. Wenn das nass geworden ist. Kommt man nur dann erst drauf platzieren. Jetzt geht es noch. Geht es auch so. Gut. Dann haben wir hier schon mal unsere kleine Plantage. Oben drauf gebaut. Hier habe ich noch ein bisschen Holz. Ja. Dann hätten wir das Staffenmilch. Das Dach. Hier im hinteren Teil ist es ja nicht so wichtig. Dass da jetzt Cobblestone ist. Hätte es schon wieder dunkel. Ne. Glück gehabt. Glück gehabt. So. Geh mir das Holz. Muss auf jeden Fall auch hell drin sein. So. Hier kommt wieder Cobblestone.